Es ist viel zu früh. Lolzaas. Soos. Solos. Katze. Papagei. Meh. Morgen. Auuu. Na, jetzt ist er... Jetzt ist er gesprächig. Ne? Ne? Ist aber interessant, die Kamera, oder? Boah, ist die Kamera lieb hier. Mehr als lieb. Er hat sie richtig lieb. Fährt natürlich nur legal. Der Moment, wenn man 20 Tage nach dem Geburtstag seiner Freundin ihr ein Geschenk kauft. Der Tag fängt schon gut an. Warum habe ich denn so weit geparkt? Ja, was hier erstmal nach Käsenudeln aussieht, wird zu einer ungewöhnlichen kulinarischen Spezialität. Manche Leute verachten mich dafür und meinen, das wäre ekelhaft, aber Leute, Käsenudeln mit Zucker, ne? Für mich klang es nicht skurril, weil ich es als normal erachtete, aber es ist echt geil. Okay. Das ist großartig. Alles noch etwas essen. Ich mache ein Restaurant damit auf. So. Das ist übrigens meine Schwester. Hallo. Hi. Passend. Gerade will sie nach rechts schauen in die Kamera. Äh, wir haben jetzt ein paar Vorbereitungen. Yeah. Getränke und so. Weil wir das am gleichen Tag machen, weil wir vorbereitete Menschen sind. Yeah. Ja, ja. Das sind zwei, drei Pfandflachen. Ich habe gehört, die sind vom Fach. Kennst du dich da aus? Ja, total. René, du hast eine Flasche falsch rum rein. Ja, ich bin auch vom Fach, okay? Bin scheiß studiert, okay? Hab ich in der Firma gelernt damals. 19, 48. Ey, 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 wer trinkt denn so eine ungesunde Scheiße? Schlimmsteben. Irgendwie wäre es kluge gewesen, einen anderen Wagen zu nehmen. Kannst du italieren? Nein. Nein. Nicht schon. Egal was du sagst, musst du einfach nur diese Geste machen. Ja, ja, ja. Pizza 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 perfect Ihr könnt euch gar nicht vorstellen was denn Lust ich habe und den ganzen Kram hier aufzuräumen, zu wischen und sowas. Das wird bestimmt voll spaßig! Ah, ich hab noch voll viel Akku. Boden sauber. Tisch ist da, Stühle sind da. Jetzt kommt noch das hier. Ja, sind zwei, drei Getränke dabei. Ha, jetzt müsste das einer umschmeißen. Wir haben Bier, Mixed-Bier, die ganz krassen. Äh, Cola. Mäzenmix, Sprite, man kennt das. Und natürlich etwas, damit unsere Herren wach bleiben. Ganz wichtig. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich es hasse, das hier nach unten zu befördern. Obwohl, ich glaub, heute mach ich's mir mal einfach. Hm. Uh, die ersten Gäste kommen hinein. Wie zum Teufel wollen Sie hier sechs Leute unterbringen, hier? Das ist auch möglich. Oder? Jetzt weiß ich, was da kommt. Conny ist da, Luca. Ich bin auch da. Du bist da. Okay, genau noch am Tisch. So, haben denn auch schön alle ihre Jogginghosen an. Ja, Jogginghose ist da. Warum ist da ein Fuß drin? Warum ist da ein Fuß drin? Warum ist da ein Fuß drin? Warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Dann blass mir doch eins. Wie ich einfach jedes Mal so ein fauler Wichser will, der die anderen einfach nur dabei filmt, wie sie Arbeit verrichten. Wie ist da? Hallein oder mariniert? Mariniert? Irgend so ein Change von deinen Zuschauern hat... Mariniert! Ich hab's gesehen. Möchtest du ihn rüßen? Nee. Möchtest du ihn umbringen? Töten? Aufspießen? Nee. Lecken? Das schon, oder? Immer doch. Sie machen das super. Erinnert ihr euch an den hier? Letztes Mal wurde er gelobt für seine Blockbuster-Reifchen, Oscar-Reifen Schauspielkünste. Hilfe! Ich hab Angst an meinem Leben. Ich werde gerade von Verrücken-Killer-Kraunens verfolgt. Moment. Ach du meine Scheiße. Oh shit. Oh shit. Ah! 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 Helf mir! Helf mir! Oskar! Von seiner Verfolgungsjagd. Wollen Sie was dazu sagen? Wollen Sie sich bedanken? Ja, ich wollte mich nochmal bedanken. Das ist doch ein Insider. Okay. Wir werden wir bestimmt auch nochmal in einem Video besprechen, oder? Ja, sicher. Bestimmt! Genauso, deine tägliche Videos kommen jetzt auch neulich, hab ich gehört. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, wir besprechen das bestimmt. Ja, 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 ja. Ja, ja. Und auch ein Payday, ne? Payday. Kommt natürlich auch her wieder. Ja, natürlich. Ja, ja, ganz klarer Sache. Sonos, jetzt sind wir genug Tische hier. Ja, nee. Ich habe keinen Stuhl. Ich könnte mich hier so hinsetzen. Das ist tragisch. Ich möchte, dass Sie sich da hinhocken. Wir haben einen Lahn-Splitter zu wenig. Der ist ja vorher abgeladen. Haben Sie gut gemacht. Okay. Wir fahren jetzt mit dieser bezaubernden Dame dahinten nochmal zu Rico und holen einen Lahn-Splitter. Bei Draußen-Lahn hast du immer den Vorteil, dass du ultralange wach bleiben kannst. Deshalb haben wir auch einmal zwei Tage lang Lahn-Party gefeiert. Natürlich mit Schlafen mittendrin, aber zwei Tage lang. Es war geil. Kommt sie dazu. Fühlt den Beat. Er fühlt den Beat. Die Haare gehen ab. Er fühlt einfach den fucking Beat. Es ist nicht normal. Er fühlt den Beat. Seht ihr wie er drauf ist? Er ist so drauf. Er ist so einfach... Ich hab Probleme vor mir jetzt hier laufen. Du hast Probleme. Und sie fahren immer noch. Wir haben einen geilen Lenkrad. Was ziehst du denn da raus? Ist echt geil. Dann siehst du von weg. Wenn du die Tanne ein bisschen von vorne bist, dann weißt du nicht was. Schauen wir die Tanne! Hallo! Das ist so... Jani! Das hat weh getan! Nein! Nein! Ich hab grad die 500 Abonnenten geknackt. Ich hab... Na 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 na... Was trinken sie da? Warum trinken sie das? Was soll das? Das ist Orangensaft. Ich seh schön. Sehr schön! Wenn du es Auftrag erfüllt. Was enthält Orangensaft so tolle? Ähm... Saft. Arrrrrrrrrrrrrrk! Mögen sie Arck. Sie da am Lenkrad. Sie verstritten hat gerade Arck. Mit dem Lenkrad. Krasser Typ. Das kennt doch die Krassesten. Okay... Ich will ja mal Karnas. Weißt du noch nie bei den ganzen Arc-E-Sport-Teilen, die Leute mit Lenkart spielen? Das ist fucking Papa, Alter. Oh, jetzt ist Heike. So wie die Händen machen. Okay, wie machen wir denn mich? Alter, sieht dieses Schwarz einfach unnatürlich aus. Fass'n Nacken, Alter. Geht euch selber. Nein, sag ruhig. Das ist natürlich die Bibi, die Klauser. Oh, da ist Kevin. Was ist das? Hat keine Beine mehr. Du hast auch keine. Alter, guck mal deine Hand ab. Was ist denn los? Was ist denn los? Alter Junge, dieses Krokodil. Diese Laufanimation. Alter, dieses Krokodil. Wie der Hals auch so hoch geht, Alter. Was ist das? Was ist das? Ist der aus wie T-Rex? Du siehst aus wie ein Gretner von Notre Dame. Warte mal, wenn ich jetzt nochmal auf den Raptor steige und dann wieder runter. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja! U-haha, ja. Du hast ne Gretze, à треть. U-haha. Warum hab ich ne Gretze? Warte, ich schau mir nicht. Was ist schelz? Er ist einfach der Denker, mit dem besten Beat selbst in den kleinsten Händen. Okay, wir haben jetzt 22, wow, was ein Zufall. Okay, wir haben unsere wunderschöne ARX Session jetzt mal kurz beendet. Wie, schauen Sie sich das EA-Logo an? Ja, ich spiele ein uraltes Spiel. Warum ist er echt beim BELOL gestartet? Sehen wir noch Ihr Level Up in ARK? Wie viel krasses Teil sind Sie nochmal? Heftig bin ich. Heftig bin ich, aber ich mag das eigentlich gar nicht daraus reden. Das ist heftig. Ja, heftig. Warum Sie sind hier richtig am 3 haben? Dig on Legends. Und Sie spielen Battlefield, richtig? Das ist ja schon ganz, ja. Shush. So, manche sind momentan so ein bisschen in ihrer Down-Phase. Oh, okay, gerade erwähnt. Hehehe. Ähm, dann spielen wir auch mal was zusammen bald. Alle. Sam. Toll, yeah. Dann lasst uns gemeinsam Leguan der Legenden spielen. Das Glück steht dort echt nicht auf meiner Seite. Alle können connecten. Aber ich, ich hab den, wie heißt der Bug genau? Bug-Split. Bug-Split. Den Bug-Split. Sogar nach dem Neustarten. Zweimal! Und was ist das jetzt? Oh, jetzt wird's spannender. Oh, wir haben diese Insurziner da. Na, 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 na. Jetzt kann ich mich einfach nicht vereinen. Oh, okay. Ich fasse nur das Gut abwade. Reise kehrt von Jonathan Frakes, Sierraes. Wir leben in einer Welt, in der beiden Partner mit Jonathan Frakes nah beieinander liegen. Nun, in der geekischung, in der découvrirung Menschen, die ist diese Geschichte. Nein, nein, nein! Wir freuen uns immer mit Menschen im Allem, bei sie kommen! Kom herzeste Zeit! colossal! Ich halte das auf den Arm. Lass dir das weg. Komm da herunter. Töne, hör auf damit. Wuhu. Du hast so was gehst. Töne, hör auf damit. Wuhu. Oh nein. Oh nein. Okay Pfarrer, und jetzt brechen Sie mal an, so wie eine kleine Show ab. Wie bitte? Ich sag dir eins mal. Genau schon. Wir müssen wir nun also mit einem letzten Sass, denn ich komme nun. Ist unsere Geschichte über den abscheulichen Leichenschalter nun wirklich passiert? Sie ist wahr, falsch. Die Geschichte ist völlig frei erfunden. Sie ist wahr, falsch wahr, falsch wahr, falsch wahr, falsch wahr, falsch wahr. Das finde ich doch. Hahahaha Liebe steht in der Erde Oh, in der Erde? So, wir haben jetzt bei 5 Uhr Stadt Minecraft, wir spüren jetzt in der Larnwelt Hi ihr Schnenschen, wie gehts Ihnen? Gut Alles okay, soweit Hallo Ich fühle mich ziemlich fertig Wir haben gerade Sehr viel Youtube Kacke Genau, das Das hat mein Kopf gefickt Wir haben gerade einen Haufen Youtube Kacke, wie ihr schaut Es hat mich getötet Moped Was? X Factor Das anfassbare Wer hat Schuld? Schuld ist der Schnensch Halt's waaah Ja Also merkt schon, diese Videos haben wir bereits ein paar IQ Punkte genommen Aber es ist okay Aber es ist okay Yay Hahahaha Oh Mann Mann Hahahaha Okay Spielen wir Okay So die jüse Leute Okay, wir haben jetzt fast 6 Zeit wach zu werden Mit Minecraft Mit Minecraft kenn ich ja ein Wir brauchen Counter Strike Yeah Okay, wir können das Prozedere Das ist Tradition, okay Ich fühle mich nie gut, ich werde es auch nie wieder machen Auch wenn ich das vielleicht oft sage Okay Wir öffnen nochmal 2 Cases Für das Video natürlich nur Ja ja Natürlich Okay So eine Blatt Spot wäre schon sexy Oder so ein Knife Ja Na ja Wir können schon mal rubbeln Okay, wir müssen es benutzen Leute Wow Was ein Wunderer Ist aber krass Zander Wow Ich habe einen Fisch auf einer Waffe Ich bin glücklich Ist ja nicht ein Harpoon Komm, lass noch 5 Cent Skin Alpha bekommen Ist wirklich nice, oder? Ja Geil Wurzum mache ich die Scheiße eigentlich auf Ich gehe zum Lerp Es gibt ein Level Up Das Level Up nennt sich Lederrüstung Und Das hier ist das Resort Hahahaha 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 So Wir sind jetzt bei 11.50 Uhr Am nächsten Tag Draußen ist es natürlich schon hell Ah, das ist dunkel Ist es dunkel? Oh Das Licht ist da Oh Wow Ähm Wir werden fleißig Dinosaurier Gezähmt Ja ja Natürlich auch hier Mit den werten Herren Mit dem wunderschönen Bizeps Ist so schön wie mein Oberkörper Aber Ich spiele ein Kleinkinderspiel Das ist auch schwer Ein Kleinkinderspiel Eigentlich ist mein Kleinkinderspiel Darüber habe ich vor zwei Jahren ein Video gemacht Als neune Kinderschule Ja, ich weiß Ich hab das ein Jahrzehnt Schaut es euch bitte nicht an Danke Das ist ein Jahrzehnt, herrlich Ich hab das Spiel Lange beide vertreiben Zum Beispiel wenn Die beiden auf Toilette sind Echt voll noch Ja ne, dein Peradon ist völlig Und wenn ich so gescheißig habe Wißt du? Echt? Ist fertig Cool Hier wird Family Guy geschaut Wow Und Hier wurde eben noch Lego an der Legenden gespielt Vielleicht hätte das aufgefallen Wir haben einen Mann verloren Ähm Oh Ähm Geehrt sei Okay Wir haben ja 13 Oder 47 Wie geht's euch? Gut Rekord geht's gut Rekord glücklich Conny Wie geht's Ihnen? Super 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 Sehr, sehr gut Sie sind glücklich? Auf jeden Fall So glücklich mit ihrem 100 Grad Prozessor Das ist ein Kind Damit kann man Damit kann man Schuhe durchschnallen Scheiß auf die 1000 Grad Messer Bin sie glücklich? Unglücklich Oh Warum nicht? Ha? Suuuch Ha? Starf Starf Ah ey Was sag ich? Warum fahre ich jetzt recht spät? Ich halte die Ah Ich bin im Kampf Letter Marsch Zum Glück hat so ein schöner GTA 5 heißt Ein Tunnelwach Ich bin bereit wie ein Pilot der bereitet Hast du irgendwie? So Wir sind geschrumpft Mittlerweile nur noch die Hälfte Die Letzten halten durch um 16 Uhr Punkt genau 16 Uhr gerade Mal schauen Wenn wir Bis zu 19 Uhr machen Dann haben wir eine 24 Stunden lang Aber dann können wir sagen Hey Wir haben eine 4 Ah ich muss den Champ ausbilden Dann können wir sagen wir haben dann 24 Stunden lang gemacht Dann können wir Glückwunsch sein Bis Auf uns allen Dingen lang So Wir haben jetzt fast 19 Uhr Und zwar Wir haben genau 18.50 Uhr 18.50 Uhr 18.50 Uhr Ähm Das sind ungefähr 24 Stunden Damit sind wir jetzt bei 24 Stunden Räumen den Kram höher auf Ja Irgendwann sind Spitt Ich muss mal früh aufstehen Das wird lustig Nein Schule nicht Aber Zumindest Ja Ich dachte mir eben Hey Ich nehm die Endkarte einfach später Aber ich mach das doch jetzt Also wenn ihr dahingeht Dann kommt ihr aufm Larm Party Vlog Von nem Kumpel von mir Das ist auch ganz geil Hier könnt ihr bestimmt irgendwie abonnieren oder so Und Irgendwo anders gibt's andere Larm Party Vlogs von mir Yeah Tschüss Jetzt Ich erger auch Ich denke about ich D Untertitelung des ZDF für funk, 2017